In einer längst versunkenen Welt sind es die Mächte der Finsternis, die die Menschheit beherrschen. Und die Kräfte des Guten benötigen wahre Helden, um das Böse zu besiegen. Wer soll mich jetzt noch aufhalten? Sie sind wieder da und ihre Mission ist es, die Welt zu retten. Großleitner, los! Die Fluggäste warten schon wieder auf ihr Gepäck. Wie weißt du doch, wo jetzt was rausgeflogen ist, hey? Magda, er kann auch an Schweinsbraten! Aber ohne Schwein! Sie haben Respekt vor dem Bösen. Das soll unser schwule Hexenmeister sein, hä? Zack nicht den Hexenmeister! Oh, krass! Ihre Gegner sind übermächtig. Mission Impossible. Es ist ganz wichtig, dass Sie ihn ausreden lassen, ja? Hör du Ziffel-Schwinger! Die schwachsen ja Haare am Arsch! Sie sind absolute Profis. Darf ich vorstellen? Mr. Aqua Knarre Super Soaker 3000. Sie sind die besten Freunde. Die Stereobahne stehen auf den RK. Aber ich hab gemeint, wir zwei... Bist du dackel dem, was ich an schwule Hundeleine dran hab, oder was? Und die härteste aller Prüfungen steht Ihnen noch bevor. Level 6. Hey, Buddy! Erkan und Stefan gegen die Mächte der Finsternis. Krass, to la vista, Baby! Wer ist denn das? Das ist die Tana, Mama. Die tut die Welt vor dem Bösen retten. Welt retten? Aber zeh, strammst den Saustall wieder auf! Pico Bello! Verstanden? 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 Verstanden?